Gentlemen, irgendwas? Keine Veränderung. Ich bin kein Fisch! Wie oft muss ich das euch völlig verblödeten Idioten noch erklären? Würdet ihr jetzt endlich die Freundlichkeit besitzen, mich herauszulassen? Bitte! Hä, Leute? Versuchen wir es mit Interaktion. Fine. Jim? Spannend ein. Das war's für heute. Ich schätze, sie denken, du bist... bist auch einer. Ja. Wahrscheinlich. Du hast mal gesagt, was immer mein Geheimnis ist, das wäre dir egal. Ich weiß. Aber, aber... Du dachtest, ich wäre wenigstens ein menschliches Wesen. Elm! Er ist jetzt zwölf Stunden im Tank gewesen. Offensichtlich ist er nur ein Mensch. Holt ihn da raus. Konzentriert euch auf sie. Und dann geht's mir wieder auf sie.